Oh, wo bin ich hier gelandet? Was? Was? Oh, Taddeus, hast du das alles gemacht? Naja, wenn ich schon hier wohnen muss, dachte ich dann in einer lebenswerten Umgebung. Schmalzkuchen? Wenn du, Taddelchen, jetzt jeden Morgen Schmalzkuchen machst, kannst du hier tun und lassen, was du willst. Ah, 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 der Etikettelöffel sagt, isst wie ein Gentleman. Oh, wie ein Gentleman. Sieh mir zu, Banause. Ein Gentleman diniert so. Heiliger Heilbutt, kann man ihm echt etwas beibringen? Ich werde dich formen. Ich mache aus diesem klumpen Leben einen kultivierten und niveauvollen. Ich mache aus dir den passabelsten Mitbewohner aller Zeiten. Du wirst mein Mitbewohner-Meister werden. Noch mehr Schmalzkuchen, bitte.